hallo und willkommen bei minecraft ja es ist eine schlechte nachricht das hier ist geschehen ich habe alles von inventar verloren es ist hier ein fettes loch drin kein bett mehr gar nichts mehr und weiß dass ich bisschen rot bin oder so oder bisschen verschwitzt bin hingest daran nur was draußen so heiß ist warum dass der auflösung 1029 1020 ist weil ich bin jetzt im windows mode außer im fenster mode und ja da hängen nur fackeln in der luft kann man das nicht irgendwie zurückholen oder so ja weiß warum weil es so geschehen ist zum einen habe ich ausprobiert windart mod weil vorher hat es mit 183 irgendwie nicht funktioniert dass ich die windart mode aktivieren so dann habe ich versucht bin ich bei der 18 bei der 144 habe ich noch darum auf meinen rechner ich habe so eine gekriegte version von 124 ja da habe ich aber nicht illegal heruntergezogen oder so die habe ich ganz einfach nicht updaten lassen ja und deswegen habe ich mal ausprobiert geht das mit mit den 18 mit den 144 weil eigentlich hat sich ja nicht viel geändert so dann habe ich sehen bei der 144 wie ich glaube ich da ungefähr so war dann bin ich hier gegangen habe ich wissen was weg dann gehe ich mal rein war zu und dann auf einmal war die komplette seite weg dann wollte er dann bin ich ganz schnell rüber auf minecraft 183 und dann war das hier und ich bin bei der 183 hoffentlich hört mir das windgeräusch jetzt nicht voll ich bin das echt traurig ich kann mal das lust das halbe runter springen also das ist jetzt echt scheiße zum einen fange ich jetzt ich glaube ich fange einen ganz neuen spielstand an weil der spielstand ist auch ein bisschen verpackt wie man auch in der kanal folge oder so gesehen hat dass der spielstand verpackt war und ja deswegen rechte 16 deswegen würde ich mal sagen machen wir einen anderen spielstand jetzt grabe ich mich nur kurz raus und schaue alles an man wir waren so gut wir haben eisen cut wir haben kohle cut wir haben eisen schwert cut wir haben eisen rüstung cut oder ein moment mal ist glaube ich mich erstmal hallo so ich schaue ganz kurz mal ein bisschen rum da hinten ist auch noch so ein loch aber man kann sagen das sieht geil aus man kann sagen was man will das sieht einfach geil aus aber das lava ist auch noch da hey ich will nicht man es ist echt traurig jetzt hallo ich bin jetzt echt traurig weil weil ich habe so gut angefangen und dann war es darum weil ich den windert mode ausprobiert und diese folge bleiben wir noch in dieser welt aber ab nächster also ab nächster folge wird ja jetzt ans außer ich lasse mich mal in die luft springen mal schauen was dann passiert so ich bin ja gar nicht tot komisch dann stürze ich mich halt noch einmal in das loch rein ich nochmal zurück zu kommen zum warum dass ich das getan habe weil ich habe mir so ein spannes halber warte mal jetzt frage ich mal ganz kurz so und wiederbeleben bitte 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 nein es ist immer nur das fette loch da ja es ist immer nur das fette loch da toll nein ich glaube das war es weiß warum also jetzt nochmal weiß darum weil ich habe mir jetzt da ähm auf ich weiß nicht ob man das sehen kann ich weiß nicht ob man das sehen kann aber ich habe mir jetzt eine internetseite rausgesucht wo ich ähm GEMA freie musik dass ich keine probleme mit der GEMA bekomme aber ich muss das glaube ich ein bisschen leiser machen so vielleicht jetzt im hintergrund passt doch das so 154 dauert die ja ich wollte mir heute schön musik raussuchen und so aber weil es bei der 183 nicht gegangen ist dann habe ich mir gedacht ach gehst mal in der 144 keine Ahnung in der 144 so dann habe ich mir gedacht ja gehst mal ein und was ist Alter da war vorher mein Haus gestanden so dann habe ich mir gedacht es ist schon mal nicht zwei ne so also die die ich bin jetzt hauptsächlich so leise weißt du was ich jetzt mal versuche ach diese wird es eh schon verpackt ein moment ich versuche ganz kurz mal was okay ich glaube ich will mal sagen was ist das 3 normal oder 2 z ist doch befehl mode game mode leer 1 so vielleicht geht es jetzt und ob geht immer noch nicht naja ist doch egal ich glaube ich würde immer sagen ich verabschiede mich bei dieser welt hier ich lasse wahrscheinlich die welt noch auf meine rechner drogen aber ich kann nicht versprechen dass ich dennoch benutzen werde aber die gema frage musik ist geil das muss ich sagen naja ich will schicken was hast du zu sein zu deiner verteidigung zu sagen was hast du zu sagen was hast du zu sagen ja okay ja als er voller aufregung oder ich glaube dann stelle ich mich mal eben also drauf und ich mag es ganz einfach nur falls das nur dass keine kreaturen mich angreifen und so ja ich glaube in dieser musik verabschiede mich verabschiede mich ich nehme jetzt gleich noch die folge auf weil ich will allerdings und ja dann sind wir uns bei der nächsten folge wieder bei neu empfangen ja und es ist so heiß draußen mit den rechnern aber naja ich glaube damit ich mal sagen danke fürs zuschauen diese sehr blöden folge sehr blöden folge ich sehr blöden folge also dann sag einfach mal tschüss teине Ärger guck Deaf lieb